hallo liebe eltern und ein liebes hallo an alle die sich für kinderfüße kinderschuhe und all das wissenswerte drumherum interessieren ich bin babette ich führe einen eigenen kinderschuh laden schon seit mehreren jahren und wir haben natürlich im laufe der ganzen zeit natürlich viele interessante anregungen bekommen wobei ich auch denke dass das eine oder andere thema für euch sehr interessant sein wird dieses mal geht es darum warum fallen kinderschuhe von einem lieferanten doch so unterschiedlich aus wenn es interessiert ihr bleibt einfach dran ich würde mich freuen es gibt viel zu erzählen bis gleich hallo liebe eltern und ein liebes hallo an alle die uns jetzt wieder zugeschaltet angeschaltet wie auch immer haben ein liebes hallo an unsere abonnenten die schon wieder voller wissbegierde jetzt sozusagen vor dem monitor vor dem laptop oder wie auch immer sitzen um sich sozusagen die neuesten interessanten und wissenswerten dinge vom schuh wie du oder generell über das thema kinderfüße kinderschuhe mal zu gut zumute führen wollen wie ihr seht heute wieder mal an anderer stelle das heißt die location hat sich ein bisschen geändert ich bin also in der zweiten filiale hier in reutnitz stotteritz wir wollen natürlich auch hier wieder zeigen wir haben tolle schuhe mit denen können wir genauso gut arbeiten wie mit denen in goles und können natürlich auch hier zu dem thema wirklich wunderbar agieren erklären und demonstrieren es ist ja auch immer das was wir im rahmen unserer verkaufsgespräche mit dem kunden immer feststellen dass viele kunden immer geneigt sind auch gerne mal ohne kinder einzukaufen und dann gerne immer nur diesen schuh oder ein modell halt eine nummer größer nehmen wir müssen allerdings aber mit darauf hin beweisen dass das immer nicht ganz so gut ist ganz einfach weil schuhe auch selbst eines lieferanten recht unterschiedlich ausfallen warum ist das so also ich gehe jetzt los und hole jetzt zum beispiel einen schuh von bund gab mein kind hat einen schub gemacht ich bin der meinung die größe passt nicht mehr ich möchte gerne den nächsten schuh kaufen jetzt habe ich hier zwei modelle rausgesucht von bundgarten lauf anfänger modelle das eine schon für den etwas versierteren leute leder läufer und hier mal für den lauf anfänger auch wieder diese kategorie krabbel erstlings lauf anfänger schuh beides ist die größe 23 und wenn ich das jetzt mal so hier ganz nett und abdrett in die kamera zeige sieht man aber dass ein schuh alleine schon mal mindestens vier millimeter kleiner ausfällt als die andere größe wobei beides die größe 23 darstellen soll da kommt dann immer mein spruch zutage schuh ist nicht gleich schuh und größe ist nicht gleich größe das heißt also auch wenn ich jetzt wie hier der meinung bin als mama ich kaufe einen schuh eine nummer größer dann kann es also sein dass der gar nicht so groß ausfällt wie ich jetzt als mami meine und damit lasse ich mein kind kaufe ich meinem kind zu kurze schuhe obwohl ich der meinung bin aufgrund dieser größe die da unten drauf steht ich sage ja immer es sind nur zahlen weil wenn es eine größe wäre wäre es irgendwo einheitlich aber das hat man eben halt auch mit dem wms system leider noch nicht geschafft dass da wirklich dass man als kundesicher sein kann ich kaufe eine 23 und der fällt auch aus wie eine 23 es ist nicht so hinzu kommt natürlich dass es eine vielzahl von lieferanten hersteller und produzenten von schuhsohlen gibt die versuchen natürlich dann immer die vorgaben des herstellers zu erfüllen baut mir mal eine sohle für diesen leisten und dann wird gedoktert und dann wird gearbeitet und dann wird entworfen gefeilt und was weiß ich nicht dran und dann entsteht eine neue kinder sohle oder eine neue schuhsohle für einen schuh dadurch dass die schuhe aber alle wie gesagt aus verschiedenen firmen kommen aus verschiedenen lieferanten die dann irgendwo zusammen gebastelt werden das spielen aber auch die eigenen oder die unterschiedlichen erfordernisse eine rolle damit kann das also sozusagen nicht immer gleichmäßig ausfallen hier habe ich also einen schuh für laufanfänger der besonders flexibel und recht knuffig ist ich sage mal auch immer wenn man es hier sich schon mal anschaut wir wollen mal die sahne seite zeigen der auch schon eine gewisse höhe hier mit anbietet dann bin ich hier also insgesamt für einem kräftigeren kind unterwegs kräftiger fuß etwas breiterer auftritt nicht ganz so schmal absolutes gegenteil davon ist halt dieser ich glaube ich stelle es mal so ein bisschen übereinander und ich glaube hier sieht man auch schon für sie als laie dass der eine eben halt bedeutend flacher ich halte es mal wieder fest und zeige mal hier in dem bereich ausfällt als das andere modell damit also für einen ganz anderen schuhtyp oder fußtyp ausgearbeitet wurden produziert wird klingt noch besser produziert wurde als bei dem und das ist es ja die lieferanten möchten ja nicht nur einen speziellen fußtyp ansprechen sondern natürlich ihre produkte ein bisschen streuen das heißt ich versuche die schuhe so zu gestalten dass sie an verschiedene oder nach möglichst vielen fußtypen passt eine garantie habe ich also niemals wenn ich den auch innerhalb des lieferanten bleibe aber jetzt einfach nur den sohlen typ wechsler gleich bleibt halt nur wenn ich so wie bei philly oder b lifestyle oder andere barfuß marken bleibe wenn ich also beim sommer herbst und winterschuh auf eine sohlenform zurückgreifen kann da bin ich auf der sicheren seite da weiß ich wenn ich so wie hier zweimal eine 22 star habe fällt die 22 auch gleich aus noch verrückter ist es teilweise wie hier bei kickers ich zeige es noch mal wir haben ein eine mini lette nur eine unterschiedliche farbe so würde man zumindest sein aber ich habe auch zwei unterschiedliche sohlen man sieht also das eine ist das vorgängermodell nämlich das hier mit den hübschen pärchen hier oben drauf und das ist jetzt die neue kreation das ist eine neue sohle die es aber schon seit auch mehreren saison bei kickers gibt die man jetzt aber für dieses modell mit verwendet hat und weil das was das ganz kuriose ist hier fällt sozusagen die 21 genauso groß aus wie die 20 mit der anderen sohle also auch wieder ich habe keinen anhaltspunkt wenn eine mami zu mir sagt ich brauche einen schuh in der größe 20 oder 21 wie groß ist der fuß jetzt generell deswegen bitten wir ja auch immer oder nach möglichkeit bitte einen fußabdruck mitzubringen das heißt ein umrandetes schema von dem kinderfuß auf papier oder pappe weil das auch für sie wenn sie jetzt ohne beratung kaufen immer noch mit ein großes oder gutes zeichen ist um abschätzen können wie viel platz brauche ich jetzt wirklich oder hat der fuß jetzt wirklich noch nach vorne hin so und so wäre das jetzt auch bei dem lieferanten von däumling dann stimmt zwar auch einigermaßen die länge egal ob ich jetzt zwei verschiedene modelle habe oder nicht ist es modell aber spitzer oder sowie hier einfach schon mal ein bisschen abgerundeter fällt der natürlich auch hier von der länge her was fehlen uns hier drei millimeter für die große zehe ist es natürlich dann immer explizit wichtig weil die wird ihr dann hier schon gestaucht weil die kommt ja hier nicht mehr weiter das heißt hier geht also viel platz verloren je länger der platz für die große zehe ist desto länger kann das kind natürlich auch den schuh tragen oder austragen wir reden einfach mal von austragen austragen auftragen sowas in der richtung ja so auch hier hätten wir noch mal dasselbe modell oder den vergleich von frodo ich habe drei artikel von frodo herausgesucht ich halte auch mal alle stecken die kamera wie der laie unschwer erkennen kann es sind auch drei verschiedene sohlen das eine ist die barfuß sohle das eine das mittlere ist eine standard sohle die auch mehr im mittleren bis schlanken bereich angewendet wird und hier drüben haben wir den kandidaten für die kleinen knuffelfüße etwas breit und rundlich so und auch hier muss man wieder sagen jeder schuh fällt anders aus wir machen das jetzt mal dass man den knuffelfuß mal hier in die mitte setzen hier seht ihr schon mal ich glaube man sieht es auch so diese unterschiedlichen millimeter angaben also am längsten fällt jetzt hier sozusagen das barfuß modell aus weil der auch wieder mehr in die gerade groß zehn linie geht am geringsten ist sozusagen das breite modell was aber natürlich wieder hier von der auftrittsbreite her gewinnt ihr seht es guckt also vor so man sieht es also hier hier habe ich mehr auftrittsbreite so und das ist immer die große schwierigkeit welchen schuh suche ich jetzt für den kunden raus oder wenn der kunde jetzt ohne kind da ist wie welche fragen stelle ich alles ja also es ist also jetzt nicht ein detail um die eltern zu verärgern warum die lieferanten alle oder die schuhe eines lieferanten so unterschiedlich ausfallen sondern sie durch die streuung der produkte will natürlich will man eine großmögliche passform bei vielen fußtypen erreichen und sie als elternteil sind jetzt zum beispiel in der pflicht genommen oder sollte nach möglichkeit dann immer nach verschiedenen anhaltspunkten die kinderschuhe kaufen am besten immer einen aufdruck oder eine ein fußschema mitnehmen damit sie das immer vergleichen können auf die innensohle legen oder in den schuh hinein schieben damit sie auch immer sehen dass noch genügend platz ist werden notorischerweise immer nur eine nummer größer kauft kauft mit unter schuhe zu klein weil er ja nie weiß wie verhält sich jetzt die neue größe gegenüber der alten größe ja also nichts anderes bedeutet es einfach nur aufmerksam beim kinderschuhkauf sein nicht irgendwas kaufen vielleicht auch mal den gang ins fachgeschäft machen weil bei so vielen modellen glauben sie mir der laie kauft mit unter sehr verkehrt und dem wollen wir eigentlich entgegen gehen und entgegensetzen denn wir wollen ja dass es passt es gibt nichts schlimmeres als kaputte kinderfüße oder kinderfüße die eigentlich schon auf dauer eingezwängt werden weil das kind wird ihnen garantiert nicht sagen es drückt da es drückt da es drückt da zumindest sagt es ihnen das nicht wenn der schuh gefällt wenn bei gefallen schuhe passen immer egal ob die eine nummer zwei nummern oder wie auch immer zu klein sind ich hoffe doch ich konnte euch wieder was wissenswertes zeigen würde mich freuen wenn ich dem einen oder anderen sogar auch weitergeholfen habe und wir stehen natürlich für fragen und anregungen gerne offen bis zum nächsten mal bleibt schön neugierig